Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Intensivstationen, den Notfallaufnahmen und im Rettungsdienst. Schnell sein lohnt sich. Bis zum 15. August können Abstracts für den diesjährigen DIVI-Kongress in Hamburg eingereicht werden. Für die besten Abstracts haben die Organisatoren den DIVI-Forschungspreis mit einem Preisgeld von insgesamt 15.000 Euro ausgeschrieben. Prämiert werden Themen, die in besonderer Weise die wissenschaftliche Arbeit rund um die Intensivmedizin in Deutschland widerspiegeln. Ausgezeichnet werden die besten acht Einreichungen im Rahmen des Jahreskongresses der Deutschen Interdisziplinen Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, der DIVI, der vom 4. bis 6. Dezember 2019 in der Hamburger Messe stattfindet. Die eingereichten Abstracts müssen sich mit einem der folgenden Themengebiete beschäftigen. Ethik und Qualität, Herz-Kreislauf, Hirn- und Nervensystem, Notfallmedizin und Trauma, Organversagen und Transplantation, päderatische Intensivmedizin, Respiratorisches Versagen, Sepsis, Technik und Monitoring. Weitere Abstract-Themen können der Kategorie Verschiedenes zugeordnet werden. Die acht besten Abstracts werden vor dem DIVI-Kongress von einer Bewertungskommission ausgewählt. Im Rahmen eines Symposiums treten die Preisträger dann vor einer hochkarätigen Expertenjury gegeneinander an. Dabei kann jeder Preisträger seine Arbeit im Rahmen eines 15-minütigen Vortrags präsentieren. Die Verleihung der Preisgelder findet direkt im Anschluss statt. Der erste Platz ist mit 5000 Euro dotiert, 3000 Euro gehen an den Zweitplatzierten. Der dritte erhält 2000 Euro. Für die Plätze 4 bis 8 werden jeweils 1000 Euro Preisgeld vergeben. Also reichen Sie Appstacks ein. Es lohnt sich. Mehr Informationen zum einreichenden Appstacks finden Sie auf der Kongresswebsite der DIVI. Ihr Uwe Jansens MUZIEK! Ja, Nicole.